Norddeutscher Rundfunk 2021 Willkommen, Paw Patrol! Everest, schön, dass du wieder zu Hause bist! Hallo, Jake! Schön, dich zu sehen, Jake! Wir sind Bürgermeister Besserwisser und den verschwundenen Festplakaten auf der Spur! Hm, von den Plakaten weiß ich nichts, aber dieser Zeppelin ist nicht zu übersehen! Das ist Besserwisser! Guck mal, er schwebt in der Luft! Wir müssen ihn irgendwie erreichen! Jeder ist eingeladen zum Chaos-Kätzchenfest! Das wird ein Riesenspaß! Es gibt Katzenfutter für alle! Dieser Jumbo-Bildschirm hört sich nicht gut an. Er hat viele Störungen! Ryder! Ryder! Ich darf mein kleines süßes Huhn nicht aus den Augen lassen! Wir dachten, ein Ausflug in die Berge verschafft uns vielleicht etwas Ruhe! Aber das arme Ding! Besserwissers Zeppelin hat sie wieder! Jetzt weiß ich nicht, wo Henrietta ist! Keine Sorge, Bürgermeisterin Gutherz! Wir haben sie einmal gefunden, zweimal und wir werden sie wiederfinden! Chase, glaubst du, du kannst deine Spürnase einsetzen, um Henrietta zu finden? Ich bin bereit, Ryder! Das ist ein neuer Sticker für die Postkarten! Postkarten! Bis zum jetzt! Bis zum nächsten Mal! Ich rieche hier etwas. Gut gemacht. Hier gibt es keine Spur von Henrietta. Versucht es da drüben, Fellfreunde. Chase, benutze deine Spürnase noch mal. Ich rieche hier etwas. Gut gemacht. Meine Nase findet hier keine Spur von Henrietta. Wir werden sie finden. Versucht es dort. Ich rieche hier etwas. Gut gemacht. Ich habe Henrietta gefunden. Sie versteckt sich unter dem Schnee. Das ist toll, Chase. Rubble, benutze deinen Greifer, um Henrietta aus dem Schnee zu graben. Wähle Rubble. Schaufel los. Gut gemacht. Schön, dich zu sehen, Henrietta. Dir ist bestimmt kalt. Everest, kannst du sie zurück zu Bürgermeisterin Gutherz bringen? Wähle ein... Everest. Wir brauchen dein Fahrzeug. Wechsle mit dieser Taste zu deinem Fahrzeug. Ich liebe Rettungsaktion. Henrietta ist gesund und munter. Einsatz beendet. Du hast einen neuen Fahrzeug. Wähle einen Fellfreund. Fellfreunde. Paw Patrol, ich habe gehört, dass zwei Hasen unsere Hilfe brauchen. Der Zeppelin hat sie erschreckt und sie sind zum See gerannt. Jetzt sitzen sie auf dem Eis fest. Sieh mal an, da ist einer der Hasen. Zuma, du kannst deinen Rettungsring auswerfen, um ihnen zu helfen. Los geht's. Zuma! Zuma! Fertig! Gut gemacht. Du bist in Sicherheit, kleiner Hase. Marshal, lass uns nachsehen, ob es dem Hasen gut geht. Benutze deine Sanitätausrüstung. Wähle ein... Marshal! Mal nachsehen. Gut gemacht. Ich bin Hoppe froh zu berichten, dass es dem Häschen gut geht. Gut gemacht, Marshal. Da drüben ist noch ein Häschen, das unsere Hilfe braucht. Du hast recht, Zuma. Benutze den Rettungsringwerfer, um den anderen Hasen zu retten. Benutze den Rettungsringwerfer, um den anderen Hasen zu retten. Benutze Sumas Fahrzeug auf dem Wasser. Wähle ein... Super! Achtung, Rettungsring! Gut gemacht! Der kleine Hase ist wieder an Land. Marshal, benutze die Sanitätausrüstung, um auch dieses Häschen zu untersuchen. Fehler! Fehler! Marshal! Mal nachsehen! Gut gemacht! Die Häschen sind glücklich und fühlen sich wohl. Hast nächstes Mal auf, wo ihr hinhoppelt, Häschen! Keine Ohren zu groß, keine Pfote zu klein. Toll gemacht, Paw Patrol! Einsatz beendet! Wähle einen Fellfreund! Das ist ein neues Kostüm! Juhu! Fellfreunde, ich habe gehört, dass die Honigtöpfe der Beeren ins Wasser gefallen sind. Bestimmt wegen Bürgermeister Besserwissers Zeppelin. Jetzt haben sie kein Mittagessen mehr. Findet etwas anderes, das sie futtern können. Hier gibt es viele Blaubeeren. Sie sehen lecker aus. Wir müssen sie einsammeln. Everest, du bist dran. Ich kann meinen Greifer benutzen, um Blaubeeren vom Strauch zu pflücken. Los geht's! Willa! Everest! Zeit für die große Zange! Gut gemacht! Da vorne sind noch mehr Blaubeersträucher. Everest, benutze wieder deinen Greifer, um mehr Blaubeeren zu sammeln. Zeit für die große Zange! Gut gemacht! Das sind viele Blaubeeren. Los, pflücken wir sie alle! Zeit für die große Zange! Gut gemacht! Okay, das sind genug Blaubeeren. Bringt sie zu den Bären. Sie haben bestimmt Hunger. Pfotenstark! Gut gemacht! Die Bären scheinen sich sehr zu freuen. Genießt eure Blaubeeren, Bären! Einsatz beendet! Bürgermeister Besserwissers Zeppelin ist so laut, dass alle Leute nach Ohrsteppseln fragen. Aber der Lieferwagen hat alle Pakete oben auf dem Berg abgestellt. Tun wir, was wir können, um den Leuten diese Ohrstöpsel zu bringen. Sammelt alle Pakete ein und bringt sie zu den Bergbewohnern. Los geht's! Da steht fest! Musik Gut gemacht. Ein Paket scheint auf der Liste zu fehlen. Oh, er ist wieder im Wasser. Zuma, fahre mit deinem Luftkissenboot aufs Wasser und sammel das fehlende Paket ein. Wow, ein neues Henrietta-Kunstwerk. Super! Gut gemacht. Jetzt müssen wir sie zustellen. Rocky, benutze dein Fahrzeug, um die Pakete zu den Häusern der Leute zu bringen. Bitte, Rocky! Alles klar! Komm mit! Alles klar! Komm mit! Alles klar! Komm mit! Gut gemacht! Rocky rockt! Es müssen noch mehr Pakete ausgeliefert werden. Sky, benutze deinen Haken, um die restlichen Pakete auszuliefern. Sky! Haken dran! Sky! Ha, ein Trant. Ha, ein Trant. Gut gemacht. Jetzt können sich alle die Ohren zustöpseln und in Ruhe Ski fahren. Einsatz beendet. Fellfreunde, Jake braucht unsere Hilfe, um die Satellitenschüssel seiner Berghütte zu reparieren. Bürgermeister Besserwissers Zeppelin ist dagegen gefahren und die Schüssel ist kaputt gegangen. Wir müssen die Scherben finden, um die Schüssel wieder zusammenzusetzen. Tracker, benutze deinen Radarscanner, um alle fehlenden Teile in diesem Gebiet zu finden. Los geht's! Wähle einen Tracker! Ich bin ganz ohr! Gut gemacht! Oioioi, ich hab sie gefunden! Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Sammelt all diese Scherbeneinfell, Freunde! Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet. Gut gemacht! Hm, wir haben noch nicht alle Teile gefunden. Da fehlt noch etwas. Tracker, suche die restlichen Teile mit deinem Radarscanner. Also geht's, ich bin ein paar silent Technologien. Das ist ein Client auf. lanuf- Ich bin ganz ohr. Gut gemacht. Gefunden. Die restlichen Teile liegen in dieser Richtung. Gut gemacht, Tracker. Lauf hin und hole die Läden. Gut gemacht. Oioioi, jetzt können wir alle Teile der Satellitenschüssel wieder zusammensetzen. Du bist dran, Rocky. Benutze dein Reparaturwerkzeug, um sie zu reparieren. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Gut gemacht. Wow, toll gemacht. Warum wegwerfen, wenn man es reparieren kann? Danke für eure Hilfe, Paw Patrol. Einsatz beendet. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Paw Patrol, ich habe gerade gehört, dass der Berghütte die Holzscheite ausgehen. Lass uns welche suchen. Ryder, hier sind ein paar Holzscheite unter dem Schnee versteckt. Bravo, Everest. Rubble, benutze deine Baggerschaufel, um die Holzscheite freizuschaufeln. Rubble ist am Start. Los geht's. Rubble ist der Retter. Gut gemacht. Jetzt seid ihr frei, Holzscheite. Alles klar, sammelt alles Holz ein. Gut gemacht. Hier gibt's bestimmt noch mehr Holzscheite. Sehen wir uns um. Rubble, das ist eine Aufgabe für deine Baggerschaufel. Benutze Sumas Fahrzeug auf dem Wasser. Rubble ist der Retter. Gut gemacht. Seht mal, wie viele ich gefunden habe. Jake braucht ganz viele für seine Berghütte, sammelt alle Holzscheite ein. Das ist ein neues Kostüm. Juhu. Gut gemacht. Okay, wir brauchen noch mehr Holzscheite für alle Bergbewohner. Fellfreunde, sucht mal in der. Vielleicht sind hier ein paar Holzscheite im Schnee versteckt. Rubble, wir brauchen wieder deine Baggerschaufel. ob die Gravischaufel ist. Oh, das ist das hier. Gut em corona. F Rubble ist der Retter! Gut gemacht! Wir haben es fast geschafft. Sammelt diese letzten Holzscheite ein und wir sind startklar. Gut gemacht! Wahnsinn! Bringt all diese Holzscheite zu Jake. Er weiß, was er damit zu tun hat. Danke, Paw Patrol. Genau das haben wir gebraucht. Gut gemacht! Sobald diese Holzscheite getrocknet sind, können wir damit schön heizen. Und ich muss nicht in den Wald gehen. Solange Bürgermeister Besserwisser über uns schwebt und Krach macht. Einsatz beendet! Achtung, Achtung, Bergbewohner! Ihr seid alle eingeladen zum Chaos-Kätzchen-Fest in der Nachbarstadt. Das beste Fest der Welt! Habt ihr das gehört, meine Kätzchen? Jetzt wissen alle Bergbewohner von unserem Fest. Oh, verflickst! Wo ist Katzen-Chase mit unseren Holzscheiten? Es ist eiskalt hier drin! Sieh mal an! Katzenspuren im Schnee! Eins von Besserwissers Kätzchen muss in der Nähe sein! Wer weiß, was sie jetzt vorhaben! Sky, flieg in der Gegend herum und versuche, die Kätzchen zu finden. Los geht's! Sky! Sky! Alles klar! Was gibt es hier? Gut gemacht! Das Kätzchen ist da drüben, Ryder! Sie sind gut im Weglaufen! Es würde Spaß machen, mit ihnen Verstecken zu spielen! Lasst sie nicht entkommen, Fellfreunde! Oh, das Kätzchen ist entwischt! Schon wieder! Ich werde sie finden! Alles klar! Was gibt es hier? Gut gemacht! Gefunden! Schnell, Fellfreunde! Sie laufen weg! Dieses Kätzchen findet immer ein Versteck! Du weißt, was zu tun ist, Sky! Alles klar! Was gibt es hier? Gut gemacht! Kommt schon, Fellfreunde! Noch ein letzter Versuch! Gut gemacht, Fellfreunde! Ich glaube, das Kätzchen führt uns zu Bürgermeister Besserwisser! Oh, da steht es! Einsatz beendet! Das ist ein neuer Sticker für die Postkarten! Hey! Der Zeppelin bewegt sich nicht mehr! Das könnte unsere Chance sein, mehr Plakate zurückzubekommen! Klettert weiter den Berg hoch! Mal sehen, was ihr findet, Fellfreunde! Los geht's! Gut gemacht! Sky, mach dich bereit, abzuheben! Wir müssen die Hütte und den Zeppelin irgendwie erreichen! Alles klar! Was gibt es hier? Gut gemacht! Der Bergpfad ist der beste Weg, um den Zeppelin zu erreichen! Gut gemacht, Sky! Macht euch bereit, Fellfreunde! Bei unserem nächsten Einsatz sind wir hinter Besserwisser und dem Zeppelin her! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Einsatz beendet! Sind wir alle bereit, Fellfreunde? Jetzt klettern wir den Berg hinauf! Bürgermeister Besserwisser, die Paw Patrol ist unterwegs! Los geht's! Gut gemacht! Der Weg ist durch diese wuchernden Zweige versperrt! Tracker, mach den Weg mit deinem Multifunktionswerkzeug frei! Tracker! Wir machen den Weg mit deinem Multifunktionswerkzeug, um den Weg frei zu machen! Mh, toll! Mh, toll! Gut gemacht! Gut gemacht! Eine riesige Schneewehe versperrt den Weg! Hier liegt so viel Schnee! Oi, oi, oi! Everest, du kannst dein Snowboard benutzen, um den Schnee zu räumen! Fehler! So, Everest! Rutschen macht Spaß! Gut gemacht! Bei Schnee und Eis ist doch klar bin ich da! Der Weg ist frei, Ryder! Toll gemacht, Fellfreunde! Der Weg zu Bürgermeister Besserwisser ist frei! Einsatz beendet! Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet! Was? Die Paw Patrol ist schon wieder da? Wie das? Warum? Egal. Mein Chaos-Kätzchen-Fest wird trotzdem der Hit. Ihr könnt mich nicht aufhalten, Paw Patrol. Ihr habt von meinem Fest gehört. Stimmt's, Paw Patrol? Jetzt mache ich es ganz laut. Es ist so laut. Fellfreunde, schnell zum Zeppelin. Das ist die einzige Möglichkeit, das zu stoppen. Los geht's. Gut gemacht. Ihr kriegt mich nicht. Oh nein, Bürgermeister Besserwisser entkommt. Schon wieder. Verfolgen wir den Zeppelin. Der Zeppelin bewegt sich. Folgen wir ihm. Gut gemacht. Ich benutze meinen Hubschrauber, um das Kabel zu erreichen. Sky! Ich hab dich erwischt. Gut gemacht. Ihr denkt, ihr könnt mich besiegen, Paw Patrol. Er bewegt sich wieder. Lass den Zeppelin nicht entkommen. Bleibt ihm auf den Fersen, Fellfreunde. Bürgermeister Besserwisser fliegt weg. Folgt dem Zeppelin-Fell, Freunde. Gut gemacht. Ihr wisst, was zu tun ist, Fellfreunde. Everest, versuche mit deinem Greifer das Lautsprecherkabel herauszuziehen. Es wird Zeit, diesem Bürgermeister den Stecker zu ziehen. Everest, Zeit für die große Zange. Gut gemacht. Endlich wieder Ruhe auf dem Berg. Oh je, die Lautsprecher sind weg? Macht nichts. Wir sind fertig hier, meine Kätzchen. Alle auf dem Berg haben von meinem Fest gehört. Wartet, bis ihr seht, was als nächstes kommt, Paw Patrol. Sie sind zwar noch mal entkommen, Bürgermeister Besserwisser. Aber sie haben eins unserer Plakate zurückgelassen. Das Plakat ist da drüben. Holt das Plakat, Fellfreunde. Gut gemacht. Ja, wir haben noch ein Plakat zurück. Toll gemacht, Freunde. Das Die Hunde retten Weihnachten Plakat ist wieder da. Benutze dieses Plakat auf dem Fest, um den Die Hunde retten Weihnachten Einsatz zu spielen. Fellfreunde, die Prinzessin von Bellenburg ruft uns an. Paw Patrol, in Bellenburg geht etwas ganz Seltsames vor sich. Ein sonderbarer lila Zeppelin ist über den Königreich erschienen. Dann gingen in Bellenburg alle Lichter aus. Wir brauchen eure Hilfe. Auf zum Paw Patroller. Auf zum Paw Patroller. Wir brauchen die Lilian an. Musik Gut gemacht! Alles klar, Paw Patrol. Nächster Halt, Bellenburg. Einsatz beendet. Jetzt kannst du mit dem Paw Patroller zu einem neuen Ort reisen.